So, wir nehmen hier jetzt ein Toastbrot raus. Ronika, kannst du das mal in die Hand nehmen? Ja, und tu das gut angreifen von allen Seiten mit deiner Hand. Okay? Genau. Super, und gibst es der Miriam auch zum in die Hand nehmen? Das gut angreifen in alle Seiten, ja? Du kannst auch die Hand so draufdrücken. Genau. Ihr wart jetzt gerade im Garten, gell? Ja. Die Veronika nimmt es auch mal in die Hand. Mach einen guten Handabdruck auf beide Seiten. Ich mit auch. Miriam, du hast es schon. Ich nehme noch mal. So, Miriam auch noch mal. Nicht essen! Und jetzt gibts das Toastbrot in den Sacken. Okay. So. Sehr gut. Und zu machen. So. Du musst mal nur dazu falten. Und jetzt geht der Hände waschen. ganz gründlich. Ganz gründlich. Mit viel Seife. Reicht schon. Reicht schon. So. Und Veronika, kannst du das auch nochmal in die Hände nehmen? Gut von allen Seiten. Angreifen. Und das kommt jetzt auch in den Sackerl. So. Jetzt legst du da daneben hin. Ich nehme noch mal das. Gut. Jetzt machen wir das. Gut. 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 So. Das ist jetzt. Schmutzige. Und das ist? Saubere. Gut. 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 Gut.